Die kicken dich aus dem Alli und normalerweise bin ich der allererste, der sagt YOLO. Stell dir vor, du kriegst das ganze am Ende Milch gedribbelt. Bitch, please. Also lass Haare wehen. Sein Player. Alles swag. Was der gute Danny Boyle kann, das kann Christian Zybert es schon sehr sehr lange. 16 Jahre nach seinem Regiedebüt, Achtung, und jetzt muss man darauf achten, welchen Namen man wie sagt, Lombok war ja sein Regiedebüt, folgt jetzt endlich die Fortsetzung Lombok. Und wir freuen uns sehr, dass die beiden geliebten Kifferkumpel Kai und Stefan wieder aufeinandertreffen, obwohl man dazu natürlich sagen muss, sie kiffen nicht mehr, weil Kai zum einen eine Freundin hat, die Ersatzvaterpflicht mit sich bringt und einen Asia-Lieferservice betreibt und zum anderen, weil Stefan inzwischen in Dubai lebt und dort Drogen allgemein ja nicht so angesehen sind und er gerne die taffe wie auch reiche Geschäftsfrau Jasmin heiraten will. Und dafür muss er zurückkommen nach Würzburg, um seine Geburtsurkunde zu besorgen und dann wieder zurück mitzubringen. Ein Wiedersehen, das von den beiden, Kai und Stefan natürlich sehr schön gefeiert wird. Und damit kommen auch die Probleme. Guten Tag, Bundespolizei! Machen Sie mal bitte auf! Das Ganze wird sowieso wegen Krankwürdigkeit eingestellt. Das kriegt da unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben. Bitte? Lombok war übrigens der Überraschungserfolg im Jahre 2001 in den deutschen Kinos. Es gab über 900.000 Zuschauer, die das großartige, kultivierte Geschwafel zwischen Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu sich anschauen wollten. Aber alle wollten eigentlich eine Fortsetzung bis auf den guten Regisseur Dennis Zybert. Der Legende nach musste nämlich ziemlich lange überredet werden. Und der Legende nach schrieb er sogar ein 20-seitiges, sag ich mal, Mini-Drehbuch, das er ganz, ganz schlecht empfand, also extra schlecht geschrieben hatte, damit ihm danach keiner mehr auf die Nerven gehen würde. Aber dann brachte ein vernebelter, wie auch ziemlich spannender Abend in Berlin das Ganze in Rollen, an dem der Regisseur und die beiden Hauptdarsteller beteiligt waren. Und es war sozusagen die erste Wende. Und dann, als auch noch Moritz Bleibtreu eine Facebook-Umfrage gestartet hat, die extrem positiv ausfiel in puncto Fortsetzung, ja, da war keine mehr zu halten. Und deshalb, 16 Jahre später, gab's dann endlich Lombok. Wir machen auch nicht mehr lange. Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Oh. Und man kann ja auch ohne Druck einen Spaß haben. Und man kann natürlich wirklich ein paar großartige Parallelen zu Danny Boyds T2 Trainspotting ziehen. Auch in Lombok geht es logischerweise um alte Freunde, deren neuen Lebenssituationen und Probleme und natürlich deren Vergangenheit, die beide nicht so richtig gerne loslassen wollen. Oder die mitunter dann zeitverzögert ein bisschen mehr kickt. Aber ich muss sagen, dass Lombok auf jeden Fall da viel entspannter oder, wenn man das so nennen möchte, bekiffter rangeht. Für mein Empfinden definiert sich nämlich Lombok nicht so sehr durch den Vorgänger, wie das Danny Boyds Fortsetzung getan hat. Die Anspielungen auf das Original sind für mich sehr viel kürzer, sehr viel natürlicher und auch sehr viel dezenter eingebunden. Auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass man auch mögliche Parallelen verschenkt. Und ich meine da ganz speziell einen ganz besonderen Gastauftritt. Leider, leider. Und natürlich muss T2 Trainspotting da natürlich auch ein viel größeres Erbe antreten, als das in diesem Fall Lombok tut. Aber, wie gesagt, Lombok macht das schon ein bisschen besser. Ist dir eigentlich klar, dass U-Porn das Sexualverhalten unserer Zeit maßgeblich verändert hat? Was dazu führt, dass die moderne junge Frau durchaus irritiert, mitunter sogar schockiert reagiert, wenn du ihr nicht zum Abschluss ins Gesicht spritzt. Und falls ihr, wie eben gerade gesehen, von diesen Nonsensergüssen nicht abgeschreckt oder irritiert seid, sondern schlichtweg begeistert, dann müsst ihr euch natürlich Lombok angucken. Zugegeben, die Story ist jetzt nicht die aller aller stärkste. Sie ist ein bisschen vielleicht zu lang und auch ein bisschen zu dünn und allthergebracht. Das ist jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig dramatisch. Oder bietet eben das auf der anderen Seite, was man erwartet, wenn man eine Urinprobe mit einem Gummipenis umgehen möchte. Aber das ist alles überhaupt gar nicht schlimm. Sag mal. Sieht doch top aus. Was willst du denn? Super. Aber, muss ich dazu sagen, oder vielleicht beziehungsweise und trotzdem, erzeugt Zybert genau das in Teil 2, was er in Teil 1 so großartig gemacht hat und wofür wir diesen Film auch alle so geliebt haben. Vor allen Dingen dieses herrliche High-Level-Bullshit-Gerede, das sich wirklich nur zugerauchte Hirne ausdecken können, ist fantastisch. Aber auch vor allen Dingen natürlich die absurden Situationen, in denen sich die beiden manövrieren mit ihrem ganz besonderen Hobby. Und Lukas und Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu sind einfach einsame Spitze und haben nach all dieser Zeit nichts von dieser Chemie, die sie im ersten Teil gemeinsam gehabt haben, eingebüßt. Und deshalb gibt es auch wunderbare Gespräche. Manchmalweise sehr, sehr persönlich, sehr, sehr natürlich über Freundschaft und natürlich persönliche Macken. All das fühlt sich insgesamt so angenehm wie auch dann überraschend an. Und es gibt wirklich nicht viele Fortsetzungen, die das schaffen. Nach wie vor für mich die Jakobskrönung unter den Kifferkomödien. Meine Rangstags sind Moritz Bleibtreu, Lukas Grigorowitsch, Kifferkumpel-Noskaldi-Komödie, genmanipulierte Haze-Scheiße und Polenfluch. Ich brauche Ihre Hilfe. Jemand tötet Soldaten. Männer, die unter Ihrem Kommando standen. Es wird Zeit, auf die Jagd zu gehen. Ich weiß nicht, welche Rolle Sie hier spielen, aber ich verspreche Ihnen, ich finde es raus. Da gibt's nichts zu finden. Vielleicht reiß ich Ihnen den Arm aus. Und prügel Sie damit zu Todes. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der zweite Teil jetzt von Jack Reacher bei mir nicht unbedingt den allerbesten Eindruck hinterlassen hat. Aber das liegt vor allen Dingen daran, weil er nicht so verspielt ist wie der Vorgänger von Christopher McQuarrie, sondern sehr viel näher dran ist an den Büchern von Lee Childe, von denen ich ja eigentlich Fan bin. Was eigentlich auch kein Nachteil ist. Aber in diesem Film wird auf jeden Fall viel gerannt, gerätselt und es wird auch viel gemenschelt. Und das ist dann eigentlich auch die Ursache des Problems.